Wir sind bei MiniotBB Viertelfinale 3 und 4, wieder mal mit einer kompakten Doppelanalyse. Ich fange mal an mit Teflon Don gegen Zaros. Das ist ein Battle, das ich deswegen so geplant habe, weil beide das schlechteste User-Voting von allen hatten und ich fand, dass es dann ein besonders faires Battle wäre. Die Videos sind beide solide. Das von Teflon Don fand ich ein bisschen langweilig und erreicht nicht anhörend den Slow-Mo-Style vom ersten. Außerdem erinnert es an Kinder, die eine Kamera bekommen haben und ihren ersten Action-Film drehen wollen. Klar zieht er sein Image nicht ernsthaft auf, aber irgendwie wäre es cool, wenn alles erwachsener aussehen würde. Bei Entertainment sieht es zum Beispiel nicht nach Kinderspielkram aus, obwohl es auch alles Übertreibung ist. Das Beste an Teflon Dons Video ist die Performance von Rapido, obwohl das wahrscheinlich mega hingeschissen ist, aber es sieht halt einfach besser aus und ist interessanter als drei Minuten, wo Teflon Don gar nicht zu sehen ist und er dann nur ganz kurz am Ende auftaucht. Wenn man so eine Story bringt, dann vielleicht als zweiten Handlungsstrang neben einer Performance oder er hätte auch einfach dumm rumsitzen können und die Morde befehlen können am Anfang. Oder es wäre auch cool gewesen, wenn Teflon Don die Kills alle selbst gemacht hätte. Das muss viel böser und gangstermäßiger sein, damit das ein geiles Video ist, aber das muss man halt ordentlich in Szene setzen. Zaros hat ein ganz normales Performance-Video, das relativ gut geschnitten und gedreht ist. Klar hat Teflon Don mehr Aufwand betrieben, aber Aufwand ist nun mal nicht gleich Ergebnis. Ich kann auch 200 Stunden ein Bild malen und es sieht trotzdem scheiße aus, weil ich nicht malen kann. Ich finde beide Videos okay, aber nicht gut. Eins zu eins hätte ich hier gegeben. Punchlines. Ich will hier diesmal gar nicht groß ins Detail gehen, also noch weniger als letzte Woche. Zaros bringt viel Realtalk-Kram und Demaskierung, was null trifft, weil die Identität von Teflon Don überhaupt nicht geheim gehalten wird. Dann kommen da Lines wie Dol Teflon Don Sting, was man nur gegen Jasper bringen kann und wenn ich sowas höre, dann hab ich auch echt keinen Bock mehr auf so einen Scheiß, Alter. Ich konnte der Runde nicht wirklich was abgewinnen. Die Hook ist außerdem ziemlich kacke und diese Ausschnitte, die er da reinpackt, haben null Wirkung. Das wirkt mega hingeschissen und so, als hätte er gar keine Lust auf das Battle gehabt. Teflon Don hat auch nicht gerade einen Punchline-Rekord aufgestellt und er muss etwas an seiner Delivery arbeiten, aber er hat lyrisch viel mehr Entertaint und mit viel mehr Elan gerappt. Die Stimme ist natürlich Geschmackssache, aber das ballert ziemlich gut. Er bringt hier hauptsächlich übertriebenes Waffengelaber, aber das macht halt einfach Bock, sich das zu geben. Die Audio wirkt sogar sehr authentisch. Deswegen fand ich das auch so schade, dass das Video damit nicht mithalten kann. Das klingt ziemlich bosshaft und puncht auch an einigen Stellen ganz gut. Zwar mit wenig Gegnerbezug, aber mit unterhaltsamen Lines. Ich fand sogar die V-Vergleiche gut, die ja mittlerweile richtig müllig und ausgelutscht sind in Deutschrap. Zum Beispiel das mit mehrläufig. Du wirst von den Kugeln hart zerfetzt am Straßeneck, da die Flinte mehrläufig ist wie dieser Jesus und Nazareth. Ich glaube, ich hätte ein 1 zu 0 bei Punchlines gegeben für Teflon Don. Extrapunkt. Ja, der Teflon Don hat viel Potenzial verschenkt, was ich schade finde. Das hätte man alles viel epischer, düsterer und heftiger aufziehen können, als es gemacht wurde. Immerhin ist die Audio insgesamt ziemlich überzeugend. Aber der Hauptgrund für den Extrapunkt ist die Hook von Rapido. Die gehört zu den Top 3 der besten Hooks dieses Jahr für mich und ist noch viel besser als die, die er in seiner eigenen Runde gebracht hat. User-Voting war für Teflon Don und damit wäre es wahrscheinlich ein 4 zu 1 gewesen von meiner Seite. Kommen wir zu Ace gegen Perplex und das ist ein Mini-Job-BB-Battle, welches auch locker ins normale Job-BB gepasst hätte. Natürlich fühlt es sich nicht so an, weil das Mini-Job-BB nur 10 Mal so relevant ist wie das VBT und nicht wie sonst 100 Mal so relevant, aber das hätte gut reingepasst. Beide haben ein gutes Video, also hier schon mal einen Punkt für beide. Punchlines. Perplex hat sich endlich zusammengerissen und die beste Runde seines Lebens gemacht. Er labert nicht nur irgendeine Scheiße in Wie-Vergleichen, sondern hat sich mit Ace befasst. Das jahrelange Kritisieren von mir hat endlich was gebrat. Die Runde sieht gut aus, klingt gut und er hat ordentliche Punchlines. Das ist der Perplex, den ich immer haben wollte. Ich wusste, dass er abliefern kann, wenn er will. Er ist immer noch ein bisschen zu sehr Comedy für meinen Geschmack. Ace ist da um einiges böser, was ich mehr feiere, aber in Sachen Punchlines hat er hier die Oberhand und das ist ja die Hauptsache. Ich finde immer noch, dass Ace gut rappt, aber wie Perplex schon gesagt hat, der Dialekt müsste mal reduziert werden. Hochdeutsch macht sich beim Rap am besten und er müsste allgemein deutlicher rappen. In Sachen Punchlines redet er leider außerdem sehr viel um den heißen Brei herum. Gegen die klar formulierten Schüsse von Perplex kommt man halt nicht so gut an, wenn man so ein bisschen in der Geschichtenerzähler ist und zu wenig Highlights hat. So ein paar gute waren da drin, wie zum Beispiel, dass Perplex immer viel rumkommentiert unter Songs und viel abfeiert. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass Perplex andauernd irgendwo in den Kommentar zu finden ist. Anscheinend war das auch bei Ace-Songs der Fall. Jedenfalls sagt Ace, dass Perplex gar nicht sagen kann, dass er Ace scheiße findet, weil er ihn feiert. Das ist eine von wenigen Einzelleins, die ich mir merken konnte. Ich fand aber die Themen von Ace ganz gut. Zum Beispiel, dass Perplex voll abgehoben ist, dass er mal auf die Fresse kriegen sollte und sich im Klo eingeschlossen hat. Oder witzig ist auch die Line, dass er sich einen Stuhl nehmen soll, damit sie auf Augenhöhe betteln können. Ich fand die Runde von Ace insgesamt gut, unterhaltsam und atmosphärisch, aber Perplex hat halt einfach ein bisschen mehr reingehauen. Dass Ace im Schatten von 80 steht, ist nun mal mies und wenn Perplex sich mit Selbstironie und Gegnerbezug über schlechte Wii-Vergleiche lustig macht, dann knallt das halt schon gut rein. Außerdem hat Perplex auch eine gute Delivery, mit der seine Lines noch stärker rüberkommen. Was er über das Virus-Tape von Ace am Anfang bringt, kommt halt einfach mega gut rüber und das sogar in Sachen Flow. Auch geil fand ich, dass Perplex meint, dass Ace immer aus Turnieren fliegt, von dessen Existenz niemand etwas weiß, oder dass Ace und Perplex mal eine ähnliche Line hatten. Es gab in der Runde von Perplex einfach viele Momente, wo ich dachte, ja, das sitzt ziemlich gut und hat Gegnerbezug. Ich glaube, ein 2 zu 1 für Perplex hätte ich hier gegeben. Extra Punkt. Perplex hat hier echt gut abgeliefert. Nächstes Jahr eine ordentliche Quali, die genauso aussieht und alle zukünftigen Battle-Runden bitte auch. Und das ist endlich der Perplex, den ich 2012 entdeckt habe und von dem ich damals schon wusste, dass er sowas bringen könnte. Aber auch Ace hat mich nicht enttäuscht. Er unterliegt hier Perplex, aber ich finde seine Runde trotzdem gut. Er geht halt mehr in die Fresse und ist böser, was ich persönlich natürlich sehr feier. Auch das Video ist gut und die Beats. Ich gebe beiden einen Extra Punkt. User-Voting geht an Perplex und damit hat sich endlich eine Sache bewiesen. Ich habe Ace vorher gelobt und Perplex fertig gemacht und es hatte keinen Einfluss auf das User-Voting. Perplex hat trotzdem gewonnen, weil er besser abgeliefert hat. Gut, dass sich das jetzt endlich mal gezeigt hat, dass die Leute immer den nehmen, den sie selber besser finden. Egal, was ich sage. Ich versuche immer zu loben, wo Lob hingehört und zu kritisieren, wo Kritik hingehört. Denn durch Kritik werden die Leute besser. Und Perplex ist durch die Kritik viel besser geworden. Auch diesmal habt ihr beide Runden richtig entschieden, aber jetzt kommt der Moment, auf den alle gewartet haben. Am Freitag kommt Johnny Dixon gegen Neo. Und wer nicht so lange warten will, kann sich die Runden 24 Stunden vorher auf Dailymotion geben. Link in der Beschreibung. Ich weiß, was ich will, dass ich für diese Leute besser sein habe. Ich kann mich nicht wiedererthUSSEN gegen Kinder practice sein. Wenn du miteteraanal Beziehung dahmerstet... Und zwar ohne gemeinsame Beziehung. Ebenso weiter geht- Suk·dens. Wenn du mit Powers via Такha سے gitarst, würden mir dich doch vorstg olla auch mal nett. Ein Dixon und ein governed Four-Vktion-Brain-Därktstrich. Ich bin tatsächlich nah angeht.